Also, die Lage hat sich dramatisch verschlechtert. Eine solche dramatische Veränderung in so kurzer Zeit hat es noch nie gegeben. Die Straße, die Montagsdemonstranten zum Beispiel, haben diesen Corona-Irrsinn niedergerungen. Die Hassprediger sitzen ja heute bis in der Spitze des Staates. Und das Schlimmste, dass sich unser beider Berufsstand, die Journalisten, die Medien, damit gemein machen und zum großen Teil mitmachen und sich instrumentalisieren lassen. Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, neben mir Peter Hane heute in Freital. Schon weit vor der Veranstaltung füllt sich hier der Raum bzw. die Veranstaltungsfläche. Und sein neuestes Buch heißt Das Maß ist voll. Aber Freital ist jetzt auch schon voll. Ja, also ich bin ganz erstaunt, aber das ist eben Sachsen. Es ist eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Alles schon voll. Parkplätze, alles voll. Die Leute strömen. Und das gibt mir auch Hoffnung. Nicht für mich persönlich, sondern für unsere Lage in Deutschland. Schon vor einem Jahr, als wir uns sprachen, wir hatten ja eine hohe Einschaltquote damit, war es schon schlimm. Aber jetzt ist es ja nun wirklich dramatisch. Jetzt haben wir diese Flüchtlingswelle mit Zwangseinweisungen in Hotels und überall. Wir haben den Niedergang der Wirtschaft. Wir haben diesen Unsinn mit diesen Heizungsgesetzen, vor denen die Leute schon Angst haben, weil sie nicht bezahlen können. Es droht uns schon wieder Corona-Maßnahmen. Und wir haben diese ganze Klimageschichte. Also die Lage hat sich dramatisch verschlechtert. Aber was die große Hoffnung ist, und das sehe ich jetzt hier in Freital, die Halle ist überfüllt bereits eine Stunde vorher. Alle Parkplätze sind voll. Es ist irre, was hier abspielt. Die Polizei rückt schon extra an, um das hier alles zu regeln. Das ist ein Zeichen, die Leute sind wach. Die Leute widersetzen sich. Sie gehen auf die Straße, sie gehen zu solchen Veranstaltungen, sie lassen sich motivieren. Und wir haben spätestens nach diesem Fall Aiwanger in Bayern erlebt, das Bierzelt und sowas ähnliches ist hier heute, hat gesiegt über die Parallelgesellschaft der Journalisten in der Hauptstadt und der Politiker. Ja, die Diffamierung der Freien Wähler ist ja voll nach hinten losgegangen. Was erwarten Sie eigentlich für die kommenden Wahlen? Also wir haben einen totalen Umbruch der Parteienlandschaft. Ich beobachte das ja seit 50 Jahren an vorderster Front. Ich war immer in der politischen Berichterstattung, auch mit den ganzen Sommerinterviews zum Schluss. Eine solche dramatische Veränderung in so kurzer Zeit hat es noch nie gegeben. Wir haben jetzt die AfD mit einem kometenhaften Aufstieg, mit sicheren Wählern. Das sind inzwischen 16 Prozent, die sagen AfD, 18 Prozent CDU. Also die haben nur zwei Prozentpunkte mehr. Jetzt kommen plötzlich die Freien Wähler dazu. Bayern wird völlig neu aufgemischt. Da hatte die CSU mal 60 Prozent. Söder hat es fertiggebracht, das in kürzester Zeit zu halbieren. Also es sind ganz spannende Zeiten. Wir haben in Thüringen plötzlich neue Abstimmungsverhältnisse im Sinne der Bürger. Ja, aber Sie freuen sich ja förmlich darüber. Ich höre nur ständig was, das sind die bösen Brandmauer. Ja, aber ich habe heute einen Feuerwehrwagen hinter mir gehabt an der Tankstelle in Berlin. Und die Jungs stiegen aus und dann sagten sie erstmal, Hane, vielen Dank, Sie stehen auf unserer Seite. Sie setzen sich ein für uns Rettungskräfte, die wir überall behindert werden. Und durch diese Klimaterroristen werden wir ja quasi verarscht, indem die die ganzen Straßen sperren, die wir brauchen für die Rettung. Und dann sage ich, Mensch, wo ich sie jetzt einmal hier habe, heute Morgen erst passiert, wozu braucht man eigentlich eine Brandmauer? Also wozu hat man eine Brandmauer? Wer hat eine Brandmauer? Und dann sagen die beiden wie aus der Pistole geschossen, das haben Leute, die Panik haben. Die Panik haben, die sich abschotten wollen. Ja, aber der Erfolg der AfD ist doch, zumindest aus meiner Sicht, auf das absolute katastrophale Versagen aller in Verantwortung stehenden Parteien zurückzuführen. Oder haben die komplett das konservative Feld verlassen? Was ist da los? Nein, nein. Also einmal ist es natürlich so, dass die Parteien, die sogenannten Altparteien, allen voran die CDU oder auch die CSU, sich ja völlig aufgelöst haben in ihren Programmen. Die überholen ja manchmal das, was die Ampel bringt, noch. Das ist das eine. Aber das andere, interessanterweise auch meine Kollegen im Journalismus lesen nicht die Parteiprogramme. Das Parteiprogramm der AfD, also da muss ich jetzt, ob ich die wähle oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich bin auch Mitglied keiner, aber da war ich noch nie. Aber man muss eins objektiv sehen. Das ist das CDU-Programm von vor 15 Jahren. Also ein Mann wie Biedenkopf in Sachsen hätte jede Zeile unterschreiben können. Und das merken die Leute doch langsam. Sie sind das Verteufeln Leid. Und spätestens seit Aiwanger wissen wir, wie wahnsinnig viel Kampagne ist. Und das Schlimmste, dass sich unser beider Berufsstand, die Journalisten, die Medien, damit gemein machen und zum großen Teil mitmachen und sich instrumentalisieren lassen. Gucken Sie sich den Fall Schönbohm an, wo ja die Staatssekretärin des Innenministeriums gemeinsame Sache gemacht hat mit dem ZDF und Böhmermann. Das wäre vor zehn Jahren alles unmöglich gewesen. Und dadurch, dass, und jetzt komme ich ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das Maß ist voll. Das Maß ist voll. Jetzt ist für die Leute das Maß langsam voll. Warum? Weil der ganze Betrug, die ganze, wie soll ich sagen, die Diffamierung von Demokratie letztlich, denn wer auf die Straße geht, ist Demokrat, egal für was er da demonstriert. Also diese ganze Diffamierung, das zieht nicht mehr. Die Leute wissen ganz genau, wir werden hier belogen und betrogen von morgens bis abends. Ja gut, da hilft auch keine Brandmauer mehr, was. Aber was ist jetzt Ihr Appell an die Menschen in dieser Zeit? Es ist ja zum Verzweifeln, die Inflation haben wir noch vergessen, die habe ich jetzt noch beigefügt. Was ist Ihr Appell? Was sollen die Menschen tun, die sich Gedanken machen über eine hoffentlich vernünftige Zukunft? Also einmal nicht zu resignieren. So vor zwei Jahren haben viele gedacht, es hat gar keinen Sinn mehr, irgendwas zu machen. Die da oben machen sowieso, was sie wollen. Das stimmt eindeutig nicht. Man kann inzwischen, ringen ja schon Umfragen, noch nicht mal mehr Wahlen, Umfragen diese Parteien runter, dass sie langsam merken, wir können nicht so weitermachen. Zum anderen nicht resignieren, auch im Sinne, als wir uns letztes Mal unterhalten haben, war ja noch lange nicht raus, wann wird endlich dieser Irrsinn mit Corona enden und bringen diese Demonstrationen überhaupt was. Die Straße, die Montagsdemonstranten zum Beispiel, haben diesen Corona-Irrsinn niedergerungen. Weil natürlich die Politik weiß, auf die Straße gehen nicht irgendwelche Irren, sondern das sind Ärzte, Polizisten, das sind Lehrer, das sind Handwerker, ganz normale Menschen. Und jetzt merken wir, dieser ganze Protest hat Sinn und kann auch etwas bewirken. Kommt mit auf die Straße. Ihr wisst jetzt, ihr seid in guter Gesellschaft. Ja, weil ich einfach denke, also was soll denn schlimm daran sein, seine Meinung öffentlich zu artikulieren? Und wenn ich hier in Sachsen bin, hier begann der Widerstand gegen das DDR-Regime. Ohne Sachsen, Vogtland, Erzgebirge hätte es den 9. November 89 nicht gegeben. Und deswegen kommt auch von hier inzwischen ein deutlicher Widerstand, ein deutliches Signal. Das ist jetzt in Thüringen. Was ist denn schlimm daran, dass CDU und AfD und FDP zusammen etwas beschließen im Sinne des Volkes? Das ist doch Demokratie. Ja, eben. Es ist Demokratie. Es ist die Herrschaft des Volkes, wie das heißt. Deswegen brauchen wir keine Brandmauern. Deswegen brauchen wir auch keine Ausgrenzung von Leuten, die dann diffamiert werden von Hasspredigern. Die Hassprediger sitzen ja heute bis in der Spitze des Staates. Was ist eigentlich schlimm daran? Die Leute können doch auf die Straße gehen und können sagen, der Mond ist aus Schweizer Käse und die Erde ist viereckig. Wen stört denn das? Das ist Demokratie. Und langsam muss man denken, Brandmauer, wie meine Feuerwehrleute heute Morgen sagten, richtet nur jemand auf, der in Panik ist. Und ich glaube, die haben genug verbockt. Die dürfen ruhig in Panik sein. Und wir hoffen, glaube ich, beide auf eine positive Wendung hinzuwerten und zur Vernunft. Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich mir ganz gewiss, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir jetzt weitermachen, wenn wir uns artikulieren, dann gibt es auch eine Wende zum Positiven. Und wissen Sie, was mir am meisten Hoffnung macht, sind die jungen Leute. Viele junge Leute sind wach geworden. Die gucken ihre Sendung, die kommen zu meinen Veranstaltungen. Das ist ja hier auch nicht ein Rentnerverein. Was hier sitzt, ist der Durchschnitt der Bevölkerung. Junge Leute wollen wieder Leistung und sie wollen für ihre Leistung auch belohnt werden. Also Stichwort Erfolg. Und das kann man nicht kaputt machen. Und wenn alle Stricke reißen, und das erleben wir leider auch, dann wandern die aus. Und das ist das Allerschlimmste. Das ist dann das Abstimmen mit den Füßen sozusagen. Ja, weil sie keine Zukunft mehr sehen. Und deswegen ist mein Appell hier auch in Freital und jetzt an Ihre Zuschauer, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen. Denn sonst machen wir auch die folgende Generation kaputt. Die braucht nämlich mehr als Geld und Zinsen Hoffnung. Aber wir dürfen auch sichtbar Nein sagen. Weil alleine auf dem Sofa zu sitzen und die Hoffnung nicht auszugeben, ist ein bisschen zu schwach, oder? Ja, das ist deswegen. Man muss sich engagieren, man muss sich einmischen. Was man übrigens kann in Vereinen, überall. Man kann ja mitmachen. Und wenn es im Elternbeirat ist, da geht es um so einen Irrsinn wie Gender. Oder diese ganze Sexualisierung der Kinder. Ihr dürft euch euer Geschlecht selber aussuchen. So, das ist ja alles heller Wahnsinn. Da müssen sich doch die Eltern widersetzen. Also muss man in Elternbeirat, in Kindergarten sich engagieren, in allen Vereinen, Sportvereinen oder was auch immer. Das ist das, was ich jetzt erwarte und was ich auch möchte, dass das hier aus dieser Veranstaltung rauskommt. Nicht, dass die Leute mir Beifall zollen oder meine Bücher kaufen. Das ist mir egal. Es geht darum, dass hier auch in Freital und Umgebung aus dieser Veranstaltung etwas passiert. Lieber Peter Hane, es ist Ihnen vielleicht egal, aber das gibt den Menschen Mut. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Ich habe zu danken und grüße Sie alle, die Sie uns hören und zusehen. Und auf ein drittes Mal. Man sieht sich ja immer dreimal. Ja, also spätestens zur großen Veranstaltung im März in Bautzen. Genau so ist es. Da freue ich mich schon riesig drauf. Okay, danke schön.